willkommen zum nächsten video vor mich dass sie wieder da sind herzlich willkommen ich hoffe ich gehe sein gut heute direkt noch mal eine neue slot diesmal von no limit ja der neue export auf jeden fall schon mal gut gefallen wir werden erstmal die normalen freispieler kaufen auf 80 cent die normalen freispiel haben wir im letzten stream gesehen allerdings waren die absolute gülle ich hoffe jetzt besser ich hoffe jetzt besser bei bonus beißt euch meine videos gefallen dann lasst doch gerne ein kostenloses abo und daumen nach oben würde mich sehr freuen falls ihr wissen ob ich spiele in der video beschreibung finden die den link gesagt aber immer wieder spielen am besten gar nicht auf den stream schaut die videos und er ist das bild und ich bin animation ich glaube ich gibt es auch irgendwelche multis ja genau da sind die multis die müssen halt connecten sonst bringt das nur noch mal weit schicken weit schicken ist da es gibt auch irgendeinen kochpop oder so gut ja da ist er doch er hört auf mich ich hoffe wir sammeln jetzt die multis ein oder so ja mal drei ja connected aber weiter weiter sie geht weg nach einer connection das haben wir ja mal ein quark schon wieder der platz jetzt gewinne eher klein ganz klein wir werden auf jeden fall gleich schon den super bonus kaufen da bin ich mal gespannt was mich da erwartet bis jetzt weiß ich schon nicht wirklich was von der stadt hier halten soll ja da kriege ich hunger aber sonst 1 euro minus wir probieren direkt den super bonus auf 40 cent auf 40 cent 400 und wir gehen rein komm 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 was das denn ist komplett anderes spiel komplett anderes spiel was braucht man hier was ist das denn nix verstehe ich ach du scheiße weil schicken schicken die mal die multivolt connected durch beginn animation fress dich durch jünger fress dich durch freundlich heute für dich angesagt zwei spins dazu ok warum auch immer kommt connected durch noch mal weit mal fünf ins gute connection komplett durch aber was sind die zum kohle da ist und links das verstehe ich mich 8 von 38 von 30 da kriegt man wahrscheinlich ist richtig gut ja schmeckt 315 euro wir haben auf jeden fall das nächste mal hätte ich hoffe er wird richtig gut wir haben dann das sind ja nur noch kochtöpfe mal 4 ist wieder eine gute connection einfach komm schon nix da kleiner gewinn leider nur letzte hat er wieviel kochtöpfe waren da wieviel kochtöpfe ah connected leider nichts komplett durch ja der war ganz schwach der war gerade ganz schwach ah jetzt versteht er auch von der seite wir sind fast null auf null und wir haben noch elf spins wir haben elf spins ich bin mal gespannt was passiert wenn hier 26 von 30 was da passiert also müssten wir ja eigentlich schaffen eigentlich ganz easy aber ich wollte eigentlich nicht zu laut sagen ok dass der nächste kochtop kochtop immer am besten kochtop immer am besten mal sechs der brennt wir sind auf jeden fall im plus sehr gut alter schwede ist das für eine slut plus zwei spins ach zu alles klar man kriegt zwei spins immer dazu ok ok verstanden 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 hat mir eben schon einmal chicken white dinger ist da ja der kochtopf gefällt mir am besten wegen dem multi logischerweise da ist er wieder stabil gute connection komm mal 6 das ist glaube ich nicht so viel oder ich weiß nicht was ist hier prämium was ist hier kein gutes symbol das habe ich noch nicht rausgefunden nochmal 61 ey der schmeckt und lange freispiele ihr wisst es ich mag lange freispiele ich sag mal was neues nicht wieder so 08 15 slot wo nur die symbole anders sind wisst ihr was ich meine slot gefällt mir da hat nur limit sich mal was gutes einfallen lassen nur limit generell immer was jetzt was jetzt hä was dreht der sich denn jetzt so schnell ok komm mach weiter jetzt bitte nicht nur dead spins kollege ok das nochmal so gut mal sechs wieder kommen gute connection ja wieder wieder 60 wieder 60 schmeckt ich bin gespannt ob wir die nächste verlängerung schaffen wird schwer drei spins noch na komm schon einen guten hit einen guten hit würde ich nur sehen jawohl da ist er doch logisch oder ja mal vier mal fünf ja okay 56 noch mal gut 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 letzter spin bumm 764 auf 40 Cent schmeckt wir sind über 1 wir sind über 1 1 sogar ich sag es immer wieder nach einem guten bonus bei kommt meistens nix mehr was soll ich jetzt machen jetzt bin ich in der zweckmüde wir werden glaube ich noch den normalen frei doch die normalen freispiele werden wir noch kaufen das ist super lucky torne noch mal auf 80 cent ja ich könnte jetzt auch mal die normalen freispiele eben 30 euro minus bei der normalen freispielen mal gucken ob hier auch die big win animation kommt und wenn wir plus raus geben auch hier brauchen wir ja wir brauchen den den suppentopf den suppentopf brauchen wir mit guten multis und dann eine gute connection ich glaube der hier wird richtig minus wo ist der suppentopf doch nicht vorhanden doch nicht vorhanden somit auch minus auch mir kommt schon dass die platz leider nix kommt leider nix dieser sauer in dieser musik letzter spinn ey schade 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 eingehe ich noch höher ich will das potenzial sehen in den normalen freispielen ich will das potenzial sehen wenn wir jetzt wieder minus machen dann dann war es das aber für jetzt für jetzt und heute aber ich denke mal wir machen jetzt bloß jetzt ich habe ich sag's nicht ich sag's nicht ja wo zwei mal so top sogar potenzial brutal potenzial brutal ich glaube jetzt sehen wir jetzt sehen wir das potenzial in den normalen freispielen ok ich hoffe der wird auf jeden Fall plus ok nee noch kein plus aber zweimal ich ahne was gut ist ich ahne was gut ist connected aber nix durch ne connected nix durch aber ich glaube wir sind trotzdem im plus ja wir sind sowas von dem plus sehr gut ok auch hier bin ok habe ich gedacht wir ein bisschen mehr ehrlich gesagt 84 euro ok immerhin eine glocke double up und ist das zwei spinnen dazu sooo das gibt es auch habe ich schon nie gesehen krass 8 krass 8 krass ok also wir brauchen hier erstmal die glocke bevor es richtig losgeht sage ich mal gut zu wissen komm noch mal suppentöpfe am besten zwei stück auf als zwei und drei am besten komm 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 mach wenigstens 200x mach wenigstens 200x einfach das prinzip zwei spin komm schon Letzter Spin, nochmal der Burger Connected, warum ist das jetzt Big Win, why is this Big Win, 24 Euro, ok und wer mit, wir sind auf jeden Fall über 200x, das war's, das war's, aber ok, 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 jetzt machen wir noch einen, einen machen wir noch auf 80 Cent, einen machen wir noch auf 80 Cent, und dann war's das für heute vielleicht, ich will auf jeden Fall nicht unter 1000 fallen, auf jeden Fall nicht, komm, 1-1 nehme ich mit, wenn der jetzt, einigermaßen vernünftig wird, komm, komm, Burger auf 1, wir brauchen auf jeden Fall nochmal die Glocke, wir brauchen die Glocke, wir haben's eben gesehen, Glocke erstmal und dann, und dann die Kochtöpfe, Glocke, 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 Kochtopf schonmal da, und gucken, ob das was ein bisschen ist, mal, mal 4, ok, die Connected nix, ach du scheiße, schade, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Slot haltet, ich finde den gut, ich finde den gut, neuer Lieblingsslot, vielleicht, nein, das nicht, aber, den werde ich auf jeden Fall auch beim Livestream mal spielen, ne, ok, Glocke ist wieder da, ne, ich kann auch nur einmal Glocke, komm, kann natürlich auch sein, aber wir haben leider nur noch 1 Spin, nur noch 1 Spin, komm, schon, Kochtöpfe, Kochtöpfe, irgendwas, irgendwas Gutes, ok, ich glaube, Pizza ist Premium-Symbol, oder, ich bin mir nicht sicher, das habe ich noch nicht rausgefunden, was die Premium-Symbol ist, ja, Kochtöpfe, ok, 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 Kochtöpfe, Kochtöpfe ist da, aber wir haben eben gesehen, ein Kochtöpfe heißt, eventuell auch der Spin, hä, wo ist denn jetzt der Kochtöpfe, ich hab schon gedacht, der Pad ist nur 1 Spin, egal, nix verstanden, kleines plus, das besser ist ein großes Minus, und damit würde ich sagen, wende ich das Video, bleib gesund, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao, ciao, ciao.